Ich bin Sarah-Lisa Vogel, ich bin 27 Jahre alt und habe Kommunikationsdesign und interaktive Medien studiert in Hamburg und bin mittlerweile in Berlin und habe dort mit meinem Startup XR quasi die Möglichkeit an Virtual und Augmented Reality zu arbeiten. Virtuelle Realität ist eben, wenn etwas virtuell, also sozusagen auf dem Bildschirm, in der Brille, in der Virtual Reality Brille dargestellt wird, was nicht Realität ist. Augmented Reality heißt sozusagen erweiterte Realität, das ist dann alles, wo virtuelle Objekte und die Realität zusammen interagieren. Um in dieses Thema Virtual und Augmented Reality einzusteigen, in dieses neue Arbeitsfeld reinzukommen, ist es einfach wichtig, sich auf eigene Beine zu stellen, auszuprobieren. Es ist ein Feld, in dem ganz viel einfach noch nicht gemacht wurde, in dem man deswegen auch sehr große Freiheiten hat. XR Base ist sozusagen ein Ort, wo sich verschiedene Leute treffen, um zusammen an Virtual und Augmented Reality Produktionen zu arbeiten. Das ist ein sehr abwechslungsreicher Arbeitsalltag. Geht davon eben Reisen zu verschiedenen Events bis hin über Crunch Times, wo ich wirklich jetzt mal im Sprint vor einer Abgabe 12 bis 15 Stunden durcharbeite mit meinen Kollegen. Zusätzlich hoste ich auch Events oder gehe zu Events, wo Frauen im Mittelpunkt stehen. Jetzt zum Beispiel am Internationalen Frauentag ist ein Event von D-Women, wo wir dann mit der XR Base verschiedene VR-Stationen aufbauen und dort dann Frauen quasi einen Einblick geben in diese neuesten Techniken. In meinen Augen ist auch ein Netzwerk das Wichtigste und das Grundlegendste, was man in der jetzigen Zeit haben kann, dass man sich eben wirklich vernetzt, dass man starke Beziehungen hat zu wichtigen Playern in den verschiedenen Tech-Feldern. Für Frauen ist es auch besonders wichtig, sich in der IT mit einzubringen, weil IT ist eine Zukunftsbranche. Frauen sollen einfach wirklich auch diese Grundlagen erlernen, um die Zukunft mitzugestalten und können auch in der IT quasi ein ganz neues Berufsfeld für sich erschließen, das sehr gut geeignet ist für diesen Weitblick und für diese umfassende Intuition auch die Frauen einfach natürlicherweise haben. 2 . 5 5 6 4 12 12 21 Vielen Dank.